Hallo, hallo, hallo. Ein neuer Sportvlog. Heute muss ich wieder laufen. Unbedingt. Ich muss noch ein bisschen mehr auf die Kette kriegen. Und wie ich das versuche, seht ihr gleich noch im Intro. Es ist morgens um 8 und ich laufe. Auch nichts wirklich gewöhnliches. Aber ich habe nachher um 11 Uhr einen Termin, eine Kinderbuchlesung in Hochheim und da habe ich mir gedacht, werde ich vorher mal laufen gehen. Da habe ich nämlich mein Tagwerk schon vollbracht. Wie geil ist das denn? Naja, jetzt muss ich aber erstmal den Arschlochberg hier hochlaufen. Schaut mal, sieht man das? Weiß ich nicht. Das ist der reinste Arschberg. Mal gucken, ob ich hochkomme. Den Arschlochberg habe ich hinter mir. Boah, das ist ein Ding. Ist halt manchmal so. Manchmal ist Training härter als sonst. Ja, ich mache jetzt mal ein paar Liegestütze. Mache ich gleich mal auf den Weg. Das ist eine gute Idee. Okay. Whew. Jusper 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 Vielen Dank.